Hallo, ich bin jetzt hier in der Asclefus-Harztlinie in Goslar und hier sind vier AuszubildendenInnen, sagt man. Und die werden gleich ein bisschen berichten über ein tolles Projekt, was zu Ende geht. Und das heißt, Schüler leiten eine Station. Ja, hi, ich bin Franzi, ich bin 24 und ich habe die Leitung des Projekts übernommen, also ein Schnell-Unteil. Und ich habe so bekommen, dass wir in dem Projekt gewachsen sind und durch unsere Aufgaben vor allem gewachsen sind. Ja, ich bin Nicole, bin 32, war die Stellvertretende in der Leitung von Franzi. Und ich finde es ganz wichtig, in dem Projekt auch zu erfahren, oder dass wir erfahren haben, wie es ist, von der anderen Seite zu sehen. Dass wir nicht nur rumgeschickt werden, weil wir Auszubildende sind, sondern weil es einfach möglich ist, die anderen Aufgaben zu erledigen. Und dafür muss man dividieren. Ich bin Steven, ich bin 28 und wir haben auch Erfahrungen damit gemacht, dass man ja auch spontan und situativ sein muss, weil ja Ausfälle auch passieren und man dann halt im Team zusammenwachsen und arbeiten muss, um diese auszugleichen. Ich bin Kim und ich finde ganz besonders, dass das Projekt uns gezeigt hat oder uns sehr viel Mut gegeben hat und sehr viel mehr Selbstvertrauen in unserem Tun und in unserem Arbeiten. Okay, wie ist denn das Motto eures Projektes? We can and we love it! Yeah! Yeah!